So, heute spielen wir eine Runde Skywars 1-1 gegen Minish Fegel. Minish Fegel hat ja gestern schon mal mitgespielt und heute spielen wir 1-1 gegen ihn und es geht los. Jetzt. In wenigen Sekunden. Ich habe gehört, dass du mich gewinnen lassen möchtest. Tust, tust. Ey, wieso sind die Schwerte hier eigentlich nicht Enchanted? Das kann ich nicht sagen, ich muss das kurz mal muten, tut mir leid, ähm, ja, gut, ähm, ich habe keine Waffe, das klingt natürlich gut. Was nicht sehr gut ist. Ey, ich finde das gut. So, ja. Und ich habe eigentlich ziemlich guten Stuff hier sogar dran. Was denkst du, Waffen und Bin könnte gewinnen oder eher gewinnen? Hm. Hm. Gute Frage. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Skywars, würde ich sagen. Dann machen wir Badwars 1-1 und dann machen wir, ähm, Kit 1-1. Moment. Na dann. Wenn du mich einfach runterlaufen willst, also echt mal. Nein. Na cool. Nein. Hm. Echt jetzt? Ja. Ich gehe mal kurz hier weg, ne? Hm. Hey, das war nicht ganz so, das ist nicht ganz so gut verlaufen. Wieso? Ja, hofft, aber okay. Ähm. Auf ein neues hätte ich gesagt, ne? Ja. Aber er hat auch viel Potzen. Ups. Ich hab da was vergessen. Wenn ich raus. Jo. Oh. Knapp. Na dann. Hältst du mich fast gehabt? Ja. Habe ich? Oh, hier hälte ich ja mal. Lava-Brust-Copware-Phase. Ja, du hast ja keinen Schaden durch Lava bekommen. Du bist nur extrem langsam runtergerutscht. Ja. Ja, das sieht ja mal interessant aus dem Map. Ah, man kann ja auch maximal nur ne Völle Stunde spielen. Ja. Spawn-Tag geholt. Äh, ja, das Spawn mit dem General was dauert nur ewig. Und drinnen gefallen, sehr nice. Ich auch, weil ich keine Blöcke hatte. Hier gibt's gar keine Mitte. Ja. Und du bist fast bei mir. Ist nicht so nice. Ah, hab Rüstung vergessen. Hä? Ich denke, wir spielen ohne Rüstung. Ohne Rüstung? Ne, 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 ich hab nur gekocht. Schlecht. Ich wollte dich veräpfeln. Verapfeln. Mit Apfel-Move. Ah. Macht mich hier pranken. Genau. Neun. Neun. Bist du was von auf mich drauf droppen? Neun. Niemals. Komm er jetzt runter. Ist nicht cool. Ne. Ich kann jetzt einfach so reinziehen und dann sofort abbauen. Denkst du, ich krieg's hin oder denkst du, du krieg's nicht vorher? Ne, ich denk ich krieg's nicht vorher. Neun. 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 ja da gut funktioniert oder ja sehr gut funktioniert was gibt es noch für mini games auch rage mode trump league zwei games lasst schandblick machen wie viele module weißt du das weiß nicht war noch nie beim ende hier kommt es darauf an ob man lack hat oder nicht so ich habe schon mal eine komplette gold armor fast jetzt auf jeden fall zweiten wo das deathmatch beginnt in kurzer zeit schon ja es ist hast nicht lange zeit aber parkour ist auch nicht wirklich lang er ist auch nicht schwer darunter bitte sein komische pilz modul dings da oder was das ist diese pflanze fleisch fressende pflanze aus mk ja nicht mk doch aus maria aus mario aber nicht aus mk nicht aus mario kart wie ist was ich meine bist du dort auch gerade ja bin da gerade was will ich mit taigold zwei minuten noch ich kann springen was als ob gut jetzt stelle ich mich wieder inkompetent an glück ab also ich muss hier an ja genau ach weil da unten ist das schafft man es natürlich jetzt den sprung ist er möglich ist aber es ist eine leiter ich bin gerade so inkompetent wo ich lange muss bis zum bei modul 5 oder wo bist du bei modul 4 bei modul 4 ah lecker lecker ja gut waren fünf module sind das ja ich komme meistens nicht weiter ich kann keinen kapur mehr Wow, ich habe einen Verzauberungsdisch, aber keine Enchantment-Bottel oder so. Moin, du hast viel besser als der Gripper, oder? Nee. Warte mal, ist das eine eigene Fuß? Nee. Oh. Lass mich alone. Let me alone, Dabnap. Oha, er hat einmal Bogen und Pfeile. Ich habe einfach nur einen Bogen, dafür keine Pfeile. Aber Pfeile habe ich auch nicht wirklich viel. Also, hopp. Ja. Gut. Was haben wir denn noch? Ja, dann machen wir jetzt noch Kid 1v1. Let's go, der Hase. Ich bin direkt noch auf. Komm schon. Meine Finger tun schon weh. Nein. Ja, ich glaube, das hat er gewonnen. Ja. Komm schon, Butterfly, hilf mir. Ah, Mist. Fuck los. Aber ich muss dann aufhören. Jo, eh, eine Runde noch UAC, oder nicht? Nee, ich kann nicht mehr. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, dann wäre es das mit dem Video gewesen. Waren ein paar schöne Kämpfe, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao. Ciao.